das war nummer eins von drei es kann sich nur noch um stunden handeln nein der war zu er war zu schlecht geworfen 2 habe ich jetzt okay sehr gut ein noch ja ständer furz ich lege mal ständer für zu um mit meinem sniper skills ja getroffen auch getroffen und dann habe ich sogar erledigt ich habe es drauf ich gehe mal mit der shotgun auf die los ich glaube die ist ganz gut geeignet dafür es war noch einer noch einer jetzt bleibt doch mal stehen denn davor auch einer ja weil das war schade also doch poli monja ok schauen wir uns mal was wir in diesen haufen drin haben munition die nehme ich mir gerne mit ok sonst haben wir nix namens spielchen habe ich abgeschlossen und wir sind kurz davor level 10 zu erreichen vielleicht wird dann unser freund aus der höhle etwas einfacher ich weiß es nicht wir geben die quest mal ab der kackvogel wo doch nichts im volumen auch ich bin's warum kommen die eigentlich immer wieder der habe ich doch schon erledigt so und da oben noch einer bin ich sehr gut erwische kräftigen überhaupt der ist unten sehr schön sehr gut wollen wir das jetzt abschließen oder wollen wir zu den assassinen hier tötter assassin ward ich probiere es einfach ich will noch nicht zurück nach sanctuary da kommen wir gerade her ich will da nicht hin sorry wir gehen zu den assassinen das sind bestimmt ganz einfache gegner wenn ich den typ aus der höhle nicht erwische die assassinen kein problem ok three horns valley elementar aufgeladene feinde sind immun gegen schaden ihrer eigenen elementarart ein feuer skag wirst du kaum mit einer feuerwaffe töten können ja das macht sinn ok hier ist auch so ein so ein ausrufezeichen hier gibt es auch eine mission vielleicht holen wir die uns gleich mal ja ich hole die mal ist das hier nächster level ach weil wir hier das happy pick motel gefunden haben schön so einfach geht's dann kann ich gleich mal aufleveln nachdem ich die beiden hier erwischt hab da schauen wir mal was kann ich denn jetzt hier verbessern nichts ich kann nichts verbessern warum weil ich im auto sitze wahrscheinlich weil ich im auto sitze kann ich jetzt ok die shotgun ist ganz nett aber ich lasse ich spiele mit der pistole mit der sniper und dann was das holen wir uns die quest wir können gerade mal was ohne power keine power und hier ist die quest eine notiz vom besitzer des happy pick motels catch a job annehmen aufgezeichnete nachricht beginnt die bloodshot töten uns aufgezeichnete nachricht endet toll ja hab ich ok die pumpe einschalten das sollte ja kein problem sein das ist das hier benutzen war ja klar ok danke scooter schlauster mensch der welt finde das dampfventil finde kondensator finde getriebe ok laut der map ist das alles nicht so weit weg ich beklau erstmal das motel was haben wir denn hier alles was ist das denn hier für ein ritualraum was ist das hier das ist doch eine kiste jawohl geld nehme ich gern vielen dank ok hier ist noch was aufnehmen munition ja so ja klar ja klar keine power ich brauche zeugs hier ist das erste schauen wir mal was es hier gibt hier müssen wir hoch laut unserer quest markierung dann versuche ich das doch mal ok ok das war ja aus was hat aber geklappt sehr gut aufnehmen ja da sind sie die werfen nach granaten mit granaten nach mir und ich bin unten dann mal okay auch die shotgun tschüss was ist das hier eine mp die brauche ich gerade nicht boah ok 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 ich bin kurz vorm abnippeln sehe ich gerade und ich bin tot naja noch bin ich nicht tot denn 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 ich lebe sag mal warum brauche ich eigentlich so lang zum nachlernen jetzt reicht es mir aber so und da ist immer noch einer beim schauen warum müsst ihr euch so komisch bewegen die ganze zeit so also ab und zu komme ich mit dem mit dem aiming nicht zurecht hier ich weiß auch nicht wieso das hatten wir uns schon angeschaut ok ich denke hier haben wir alles was ist das nichts dann können wir weiter in diese richtung mal gucken was es dort gibt ich brauche noch einen kondensator und ein getriebe kriegen wir hin auch wenn ich schon halb tot bin werfen wir die granate also die shotgun ist echt nicht stark glaube ich die ist echt nicht stark so wie ich es dachte alpha skeg da ist meine pistole um einiges stärker glaube ich bloß einen skillpunkt glaube ich immer noch nicht ich muss meinen treffer schaden äh dann meinen kritischen treffer schaden muss ich nach oben hauen es geht nicht anders ich muss mehr schaden machen eine shotgun sie besser ist besser ich werde sie direkt mal ausrüsten und schauen ob sie wirklich besser ist gut das sah doch schon gut aus das sah doch schon viel besser aus ich glaube die gefällt mir besser die andere die hat ausgedient tschüss die verkaufe ich gleich so was ist das hier venedig da gehen wir noch nicht hin ich muss erstmal hier hin an die nächste pumpe das ist doch hier so ein ein zeichen das wollen die nicht finden echt okay oh oh da ist mal einer da ist mal noch einer und treffer so drei gegner sind es noch die kleinen kann man glaube ich mit der faust am besten weg machen den jetzt nicht so jetzt lasst mich doch mal in ruhe schießen Mensch oh ciao sehr gut das hat sehr gut geklappt die granate brauche ich nicht ist dieselbe granate müssen wir da jetzt hin hier wahrscheinlich wieder irgendwo oben oder hier da ist es da müssen wir hin mache ich das werde ich tun so jetzt da war zeugs drin was wir gebrauchen können aber auch irgendwas drin ich weiß nicht was drin war aber ich habe es aufgenommen also wird es wahrscheinlich wichtig gewesen sein so was ist jetzt hier ach nö komm schon spuckers gag tüß so irgendwas müssen wir doch hier machen so was ist hier öffnen öffnen ok versuchen muss ich glaube da liegt es schon kann das sein aber auf jeden fall ein quest marker da liegt was oder so ähnlich kondensator ja nämlich ok das stimmt warum sieht er das eigentlich alles das habe ich noch gar nicht bedacht dieser kranke scooter ok kondensator haben wir dann nur noch ein getriebe und das ist dort irgendwo oder das ist aber weit ich schnappe mir ein auto ich catch mir ein ride ok das war nichts laden wir mal alles nach da oben gibt es autos das schnappen wir uns jetzt ok zum fahrzeug teleportieren ja geht auch doch tinten müssen wir hin Freunde und da wären wir schon schau alphas gag so ein bisschen unfair was ich hier tue aber das ist ok das ist ok hier müssen wir hoch denke ich wir haben immer noch ein skill punkt was ok mach ich bad ass bullion auch der hat das ding in der hand oh gott ok das ist ein starkes vieh aber ich bin auch stark haha sehr gut sehr gut da haben wir es doch verändert überhitzung das getriebe ja nein habe ich doch schon ersetze dampfventil ersetzte sicherung und getriebe das machen wir so und ich steige aus ich bin der schlauste fahrer der welt das war das nicht weiter geht es jetzt können wir das wieder in gang nehmen diese gesamte motel anlage wahrscheinlich aus als hättest du alles versammeln um die dampfpumpen zu reparieren steig einfach die stecker rein und schon steht das schwarze brett wieder unter strom wie ein sportler der sich drei jahre mit iridium gedopt hat schön wo war das hier ja teile ersetzen ach da muss ich tatsächlich hoch sonst nichts ist das ist das hier nichts teile ersetzen getriebe und sicherung sind drin nur noch das dampfventil und das ist hier oben wahrscheinlich knapp so puh haben wir die quest auch geschafft denke ich ich meine was soll er jetzt noch kommen teile setzen machen mache ich wieder runter ja 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 schön das schwarze brett sollte jetzt aktiviere es es dürfen jede menge neue jobs für dich da sein kate job sehr schön jawohl und die dinger funktionieren jetzt auch sehr schön ich verkaufe erstmal meine schrott zeugs ähm was ist das eine mg mp ist nicht so gut wie unsere also ciao mp kann auch weg dann die granate und ich glaube sie gut aus warum habe ich sie nicht ausgerüstet was mache ich doch glatt die gegen die throwing grenade nämlich und dann verkaufen wir diese granate nämlich so jetzt mal wieder klar ja ich schaue mal gerade nach waffen vielleicht hat er ja eine panzerfaust die hat er nicht okay sehr effektiv gegen fleisch das ist eine mp ne das ist eine pistole aber die ist nicht so stark wie unsere denke ich ne ich bleib dabei ich kaufe nichts lieber finden lieber finden lieber finden das ist immer besser benutzen was haben wir hier repariere die southpaw pumpe das schwarze brett des happy pick ist nun verfügbar abschluss schwarzes brett des happy pick ist nun verfügbar schwarzes brett des happy pick ist nun verfügbar ach das ist ja Belohnung na klar unterstütze die heimannschaft annehmen die die post muss immer pünktlich ankommen Schwierigkeit normal annehmen du hast eine scheiterbare mission angenommen das ist aber nicht so gut jetzt wenn du diese mission nicht innerhalb des zeitlimits oder der missionsparameter erfüllt wirst du sie erneut beginnen müssen ach so ja ok will ich das? ich hasse solche missionen eigentlich skillpunkte ich habe einen ok so trefferschaden kritischer bitte sehr ähm die mission ähm ich glaube ich mach die später die läuft ja nicht weg die läuft nicht weg wir machen die später wir machen das jetzt mit den mit den assassinen was wir von vornherein verorten so dann machen wir das wir nehmen uns das auto und auf geht's so ja ich habe jetzt keine lust auf so eine zeit begrenzte mission wo ich mich beeilen muss ne muss nicht ups wo fahre ich denn hin tschüss ich muss da hoch irgendwie dann fahre ich hier lang da muss ich auch nicht hin hä? hier außen rum? muss ich da rein? ja wahrscheinlich hier rein aber erstmal mach ich die dinger hier platt ja kotze skeg ok skeg welpe tut mir leid that's life that's life ich kann nichts machen ich schnapp mir euer geld warum auch immer ihr geld habt keine ahnung gehen wir mal direkt hier rein mal gucken was es hier drin gibt das kann doch nicht wahr sein ich glaub's ja nicht jetzt komm ich hier nicht mal raus super kämpft gegeneinander hallo oh das war doch das war doch schlau oh ups auch nicht so schlau boah was ist denn hier los so mal kommen die denn alle her ich zieh mich ein bisschen zurück da das ist ein feuerball das ist ein feuerball ne 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 ihr ihr müsst mir eure beute geben freunde bad ass rank 5 wofür auch immer ich hab ihn erwischt wahrscheinlich am kopf wieder boah ihr nomaden so jawoll und tschüss das war hart da kommt noch einer yes läuft doch was ist das ein mp brauche ich nicht wieso seid ihr mit mps von daher ja ne muss nicht sein wo sind die denn hier sind auch noch explosive warum warum nutze ich die dinger nicht aufnehmen so wird alles aufgenommen da komme ich nicht hoch da komme ich nicht hoch das brauche ich alles nicht wo hat er jetzt geschossen keine ahnung kiste jawoll geld geld ist immer gern gesehen komme ich hier hoch nein hier komme ich nicht hoch gut vielleicht von hier ja nein doch sehr schön gucken was es hier so gibt da hinten sehe ich doch schon eine fette truhe eine fette fette truhe und gib mir irgendwas gutes ähm ok proaktive transmörderer und eine fast rifle ähm eine mg ich guck mal mhm und die mp rüste ich mal aus die mp die da drin ist ist um einiges besser die nehme ich mal wir können die noch nicht nutzen und diese mg ist auch besser und die können wir auch noch nicht nutzen ich nehme sie trotzdem mit weil wir die ausrüsten werden wenn wir denn unser level erreicht haben so gut da ging es noch hoch dort gehen wir auch direkt hin so dann haben wir noch zwei kisten da ist nix drin da haben wir munition schön war das alles da oben noch irgendwas sieht nicht so aus da gehen noch treppen hoch versuchen wir es mal vielleicht finden wir da unsere panzerfaust ich brauche unbedingt eine panzerfaust damit wir unseren höhlenfreund erledigen können hier ist nichts pfeffer den habe ich in die treppen reingeschossen ja tanz und hat auf zu tanzen ok hier gibt es nichts mehr da ist auch noch eine kiste die ich übersehen habe ich habe schon eine million kisten glaube ich übersehen wir gehen rein wir gehen hinein freunde mal schauen was uns hier drin erwartet ich weiß es noch nicht wahrscheinlich erwartet uns hier der tod ok hier ist nichts hier gibt es ein neues areal southpaw steam and power auf gehts es ist so warm freunde wir haben hier ungefähr 40 grad 40 grad es war euch auch so warm oder so heiß ich schmelze wirklich ich schmelze es ist unmöglich was wir gar nicht reisen so gott was ist das hier wir klauen alles alles wird geklaut hier gibt es viele schränke alles wird iridium nehme ich gern mit danke sehr geld patronen money money talks so so schön die salzige muschmusch oh mein gott will ich überhaupt wissen wie der aussieht ekelhaft ekelerregend ok das ist bestimmt einer von euch beiden gewesen oder ihr kranken basta hat ich habe nicht getroffen ich bin der beste sniper der welt scheiße so was haben wir denn hier einen nomaden und eine kiste oh komm schon so jawoll ja der fahr so sehr gut gefällt mir die mp die hat einen ein dreifach stoß 1 2 3 treffer wo bist du da was ach so aber nur wenn ich zoome ok ok verstehe sehr gut ja schlau ist ja immer noch einer tatsache weg immer noch nicht doch jetzt jetzt bist du weg wo bist du freund die verzieht aber ein bisschen aber ok einfach schön alle erwischt keiner mehr da da ist noch ein roter punkt da hinten ja du gehst mir auf den sack du lebst ja noch durchgeknallter marodeur klar glaube ich dir aufs wort bis das hat gut geklappt ja was ist das jetzt assassin wort was das ist tatsächlich der den wir suchen ok ok ciao oh man was ist das für einer ok ich brauche irgendwas stärkeres ich brauche meine shotgun shotgun auf geht's mach mich stolz bin gleich tot bin ich denn noch jetzt läuft ein lauf nicht weg nein ich glaube das wird nichts nein das wurde leider nichts ich brauche wieder eine neue shotgun wie es aussieht klänzt 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 ja antren klänzt die